Wir haben Rückenwind, auch wenn wir anders sind Wir pfeifen auf den Stromberg, wohin fließt er schon? Wir treiben übers Meer ohne Gegenwehr Ohne Rettungsring, weil wir furchtlos sind Weil wir träumen können und in bar bezahlen Und weil uns nichts aufhalten kann Ihr könnt Schranken bauen, eure Zäune ziehen Wir werden über Grenzen fliegen Keine Zeit für Sicherheit, für Kummer oder Selbstmitleid Unser Tank ist voll und der Tacho platt Die Überholspur, unser Platz Schmeißt die Koffer weg, Scheiß auf Handgepäck Jeder nimmt nur sieben Sachen mit Denn wir brauchen nichts, was wertvoll ist Das hier ist der Abschiedskuss Wir wissen nicht, was morgen ist Ein Tag Traum hat uns voll erwischt Wir springen sorgenlos durch grünes Glas Das andere Ufer kann uns machen Wir wissen nicht, was morgen ist Ein Tag Traum hat uns voll erwischt Wir springen sorgenlos durch grünes Glas Das andere Ufer kann uns machen Wir sind in Indien die Nacht über angekommen Sind ein bisschen hier rumgewandert Und haben keinen Platz zum Schlafen gefunden Ein netter Taxifahrer hat uns dann hier hingefahren und gesagt Oh, ihr könnt doch hier an der Busstation schlafen Und da ihr recht habt, hier haben wir unser Lager aufgeschlagen Und so ein bisschen Rast gemacht Jetzt haben wir Tagesanbruch Und wir schauen mal, was uns jetzt heute hier so erwartet Ich habe mir jetzt schon mal ein paar Möcken hier gebissen Also vielleicht sollten wir uns erst mal Moskitospray zulegen Der Straßenverkehr hier ist für uns der erste Kulturschock hier in Indien gewesen Ein krasser Unterschied zu Aserbaidschan und den anderen Ländern, die wir bereits bereist haben Wir haben uns aber auch ganz schnell daran gewöhnt, mit den Fingern zu essen Aufühlschrankungen zur Pluschrapen Blirez Ctrl ? ? Walla 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 Wow! Wir starteten unsere Reise in Indien, in Kochi, im Süden Indiens. Kochi offenbarte uns einiges über die indische Kultur und wir sahen jede Menge Tempel. Auch waren wir von den grünen Landstrichen sehr beeindruckt. Wie viel? 40. Und der Nachtisch. Die Menschen in Indien sind überaus freundlich und hilfsbereit zu uns gewesen. Auch wenn wir per Anhalter gefahren sind. Möchtung. Indien hat einiges für uns bereinigt. Indien hat einiges für uns bereinigt. Wir sehen zum ersten Mal wieder einen Strand und das Meer. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder einen Strand und das Meer. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder einen Strand und das Meer. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder einen Strand.